was geht ab liebe leute hier ist wieder gorilla army mit einem neuen video für euch und zwar haben wir heute den rc bandito in gta online bekommen und ich habe ihn getestet und in diesem video will ich euch einfach mein fazit zu diesem fahrzeug geben erhältlich ist dieses auto bei south and andreas super autos das auto kostet eine million 590.000 gta dollar und ja wir gucken uns jetzt mal an welche tuning möglichkeiten man hat also wenn man dieses auto kauft wird es direkt hier in dieser werkstatt für diesen platz reserviert sozusagen beziehungsweise man kann ihn halt nur hier tunen und man kann damit erhalten ich in die los santos tuning werkstatt fahren so was haben wir jetzt hier für tuning möglichkeiten gucken wir uns das ganze mal an so wenn wir hier von dem werkstattwagen stehen können wir einfach mit steuerkreuze nach rechts können wir dann das auto tun so wir können hier sprengstoff montieren so die habe ich hier montiert die ferngezündete bombe aus testzwecken so dann haben wir hier bei den karosserie teilen können wir nämlich die karosserie verändern da haben wir zum beispiel den offroader mit spoiler offroader und netze offroader kombiniert trophy truck trophy truck spoiler trophy truck und netze trophy truck kombiniert und der gang burrito also ich muss sagen die fahrzeuge beziehungsweise die optik von den fahrzeugen erinnert mich stark an rocket league wenn ich das ganze hier so sehe soll dann haben wir den gang burrito auch mit spoiler schutzbügel gegen burrito kombiniert mit also mit schutzbügel und spoiler oben drauf dann den big bread von vorne hat er so ein bisschen ähnlichkeit mit dem bob cut xl in gta so dann mit käfig hinten dran und oben die leuchten so dann den schutzbügel noch mal hier vorne und alles kombiniert so dann haben wir hier midnight pumping hier haben wir den slam wenn als karosserie design dann haben wir das ganze noch mal mit käfig und hinten lichter dran dann hier mit dem flammen und alles noch mal kombiniert ja und ich habe mich aber jetzt für die serien karosserie entschieden weil die mir persönlich am besten gefallen hat so dann gucken wir mal dann haben wir hier noch die möglichkeit eine annäherung schmiene zu kaufen eine kinetische fällt ein schall kinetischer energie ab kapazität drei stück also wir haben insgesamt drei stück davon und natürlich das mp also mir persönlich gefällt mp am besten hier hat man auch drei stück als kapazität gucken wir mal in sachen design was haben wir hier zur verfügung und zwar gehe ich jetzt mal einfach auf keine ich habe jetzt so als primärfarbe einfach mal schwarz genommen so da haben wir den entenjäger paintball schneekrieger trief eine tarnung super sci-fi strukturiertes chaos kürbis monster und feuerspucker ich glaube ich entscheide mich für entenjäger so und wie gesagt die lackierung könnt ihr dann halt noch mal anpassen wenn ihr möchtet und hier könnt ihr an also die farbe des fahrerhelms noch mal ändern beziehungsweise von den beiden insassen die wir hier drin haben die einfach nur aus optischen gründen da drin sind ich habe einfach die farbe weiß genommen damit man die jungs einfach besser sehen kann genauso kann man auch den anzug von den jungs ändern hier habe ich auch auf jeden fall die farbe weiß genommen so ok gehen wir weiter dann haben wir hier die möglichkeiten vertikalen sprung zu installieren ich habe die variante mit 100 prozent natürlich genommen und kommen wir zu den reifen bei den reifen habe ich mich schwer gewundert weil bei den reifen konnten wir beim felgen typ geländereifen nehmen beziehungsweise die üblichen reifen die wir auch bei den anderen fahrzeugen zur verfügung haben hat mich auf jeden fall schwer gewundert finde ich aber auch irgendwo nicht schlecht so dann können wir auch noch mal die felgen farbe ändern und bei den reifen können wir das reifen musste natürlich drauf und bei den fenstern können wir natürlich die fenster auch noch mal tönen so und ich wähle wie immer ein helles rauchglas ja leute und ich würde sagen das war das tuning kommen wir jetzt mal zum fahrerischen erlebnis dazu müssen wir rausgehen bis gleich also leute was braucht man überhaupt damit man dieses auto kaufen kann man braucht die macebank arena mit der dazugehörigen werkstatt weil die werkstatt die hat dann noch mal extra einen separaten stellplatz wo man dieses auto dann auch tunen kann so und wenn man dann draußen ist kann man das auto einfach über das interaktionsmenü und dann in inventar und ganz unten rc bandito anfordern wenn ihr darauf klickt werdet ihr in das auto dann sozusagen gespawnt wichtig ist halt leute ihr müsst euch eins merken wenn ihr das auto jetzt hier wo ich bin am standort bestellt ja werdet ihr wenn ihr dann später aus dem fahrzeug wieder aufsteigt hier in dieser nähe auch wieder spawnen das heißt wenn ihr mit dem auto jetzt richtung norden mount chilead oder sonst irgendwas wohin fährt ja und dann auf dreieck drückt werdet ihr dann in dieser nähe wahrscheinlich dann auch gespawnt so kommen wir aber jetzt mal zu einem wichtigen punkt der mir bei diesem auto aufgefallen ist was dieses auto für mich zu dem nächsten abfucker auto macht denn wenn wir jetzt mal auf der karte gucken ja sehen wir was sehen wir nichts wir sehen rein gar nichts wir sehen nur uns selbst auf der karte das auto mit dem spieler da drinnen sehen wir nicht und das macht dieses auto zu einem nächsten abfucker auto weil wir sehen konntet konnte ich bei der tuning werkstatt c4 montieren und noch ein paar weitere waffen so und damit könnt ihr dann einfach unbemerkt an spieler heranfahren und die dann in die luft jagen was für mich eine ergänzung zum opresso mk2 und dem scheiß deluxe so ist ist das ganz ehrlich mich hat das total abgefuckt wo ich das heute heraus herausgefunden habe aber nichtsdestotrotz werde ich das auto jetzt für euch nochmal zeigen also ihr geht jetzt einfach in inventar und welt hier rc bandito anfordern aus wenn ihr das macht dann werdet ihr sozusagen überblendet in das fahrzeug und nicht wie alle schon bei gewissen leakern gesehen haben dass man in das fahrzeug einsteigt da muss ich sagen das hat rockstar games gut umgesetzt aber wenn wir jetzt unten links auf der karte gucken da sehen wir nur uns im rc auto den kollegen hier den sehen wir nicht das heißt ich kann jetzt einfach mich an ihn ranpirschen und dann die bombe einfach hochgehen lassen der wagen ist allgemein jetzt nicht besonders schnell wie es sich halt für ein rc auto gehört das handling ist ja sehr direkt man darf von dem wagen jetzt nicht wirklich viel erwarten eingetragen ist das auto in der geländewagen klasse da muss ich auf jeden fall noch testen ob man den wagen auch in einem rennen benutzen kann aber wenn ich das richtig gesehen habe geht das auf jeden fall und wir werden auf jeden fall noch ein paar rennen dafür erstellen und ja was kann man noch machen also wenn man den hüftsprung installiert hat kann man den auch verwenden man kann ungefähr ja eine wagenhöhe hoch springen wir können das mal hier an dem rosa hier demonstrieren also man sieht man kann auch nicht mal richtig drüber springen so und ja also allgemein muss ich sagen von der kaufempfehlung würde ich eher davon abraten dieses fahrzeug zu kaufen denn mit eine million 590.000 gta dollar ist dieses fahrzeug einfach überteuert und dient eher um leute noch mehr abzufacken als es sonst der fall ist kommen wir nun zu meinem fazit also leute wir haben mit dem rc auto ja ein lustiges auto bekommen ja was für den moment sehr unscheinbar ist doch wenn wir genauer schauen leute haben wir das nächste abfucker auto in gta bekommen warum sage ich das ihr habt durch dieses auto gewisse vorteile das heißt ihr seid auf der map unsichtbar ihr könnt unbemerkt euch an spieler heranpirschen und sie dann in die luft jagen und das ist richtig ehrenlos und ich finde deswegen dass man allein schon aus diesem grund dieses auto nicht kaufen sollte es reicht ja schon dass wir mit dem luxo und den mk2 oppressor die leute abgefuckt werden und dann kriegen wir jetzt noch zusätzlich das rc auto und ich finde das dient einfach nur dazu um die leute abzufacken deshalb kann ich von meiner seite aus eine kaufempfehlung auf jeden fall nicht aussprechen und mich dagegen entscheiden und ich werde auf jeden fall dieses auto bei meinen tuning treffen auch nicht in erwägung ziehen das heißt eventuell wirklich wenn wir ein motto haben dazu dann ja aber ansonsten würde ich dieses fahrzeug auf keinen tuning treffen sehen und werde es auf jeden fall nicht erlauben deshalb leute ich hoffe dass das video euch irgendwo trotzdem gefallen hat ich bin ehrlich gesagt enttäuscht aber ich würde mich natürlich freuen wenn ihr trotzdem dem video ein like da lässt oder auch ein abo ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag und ich ja mal den kollegen einfach in die luft das war's das war's